Hallo, ich bin Oliver Quarkernack von Forza Hagermeyer und zeige euch kurz unsere neue Mietwagenflotte. Endlich ist unsere Flotte komplett. Ab sofort könnt ihr alle Nugget-Modelle bei uns mieten. Wir haben ein Nugget mit Hochdach, also die kurze Version. Wir haben ein Nugget Plus mit Hochdach, die etwas längere Version. Haben wir auch schon umgebaut mit Sogentlüftung und zu einigen kleinen Extras. Dann das ganz brandneue Big Nugget, hier mit 185 PS und Automatikgetriebe, wirklich voll ausgestattet. Und als letztes, beziehungsweise als vorletztes, denn ein Fahrzeug fehlt noch, ein Nugget mit Aufstelldach. Was noch fehlt und was ich euch gerne hier gezeigt hätte, ist ein Nugget Plus mit Aufstelldach. Das Auto ist gerade bei Westfalia im Bau und wird, ich denke, so in vier Wochen bei uns angeliefert. Mieten könnt ihr die Fahrzeuge ab sofort über unser neues Buchungsportal nuggetstore.de. Dort findet ihr auch alle Informationen zu den Fahrzeugen und zu unserem Fahrzeugbestand. Denn natürlich könnt ihr die Fahrzeuge auch Probe fahren und bei uns testen, anschauen oder auch zu testen mieten und dann nachträglich von einer Vergütung profitieren. Vorher habe ich noch einiges an Arbeit, denn die Fahrzeuge werden bei uns vermietet mit der kompletten Camping- und Küchenausstattung. Wir haben dabei lange überlegt, was man wirklich alles braucht und was ein Fahrzeug haben sollte und was noch alles schön wäre. Wir haben zum Beispiel den Omnia mit dabei, wir haben Kaffeebereiter, wir haben neben den normalen Gläser natürlich auch Sektgläser, Biergläser. Wer möchte, der kann sich dann noch einen Scotty Grill dazu mieten. Das ist allerdings optional, denn das Teil muss hinterher auch gereinigt werden. Ihr könnt Camping-Zelte, Vorzelte mit dazu mieten. Stühle und Tische sind übrigens bei uns immer mit im Preis. Zwei Stühle sind serienmäßig drin, wenn ihr mehr benötigt, sagt Bescheid. Porta-Potti ist auch mit im Mietumfang optional gegen Mehrpreis, denn auch das Teil muss hinterher kräftig gereinigt werden und desinfiziert werden. Wir haben in die Fahrzeuge, wo es geht, eine Sogentlüftung eingebaut. Das ist eine sehr angenehme Sache, wenn man die Toilette benutzt und verhindert so ziemlich die kompletten Gerüche. Alle Infos zur Vermietung und zum Verkauf findet ihr bei uns auf der Seite nuggetstore.de. Natürlich könnt ihr mich oder meine Mitarbeiter sehr gerne anrufen. Wir würden uns freuen. Bis dann, euer Oliver. Bis dann.